Nicht da, was? Ja, genau. Nein, also, was wir dieses hier, das Bumm, Bumm und so, das haben wir mal außen vor gelassen, ein bisschen vorbereiten. So, und dann haben wir den hier gemacht. Das ist von hier, nicht, sondern ein bisschen Hubs, Vorspannung und hier ist Bumm, so. Dann haben wir danach das und das. Wenn mir eine klatscht, mach mal, Bumm. Dann haben wir diesen hier und so weiter. Das kommt nie vor. Aber was, woran viele nicht denken, ist, dass dieses Ding hier, so sieht es auf einmal ganz gefährlich aus und hier nicht, das kann auch was repräsentieren, wenn man das will. Kann man alles. So, dann haben wir diesen hier. Klassisch war Buff, Buff als Idee. Das sind diese Geschichten hier. Das kann man, das kenne ich eigentlich eher aus dem Water-Style, aber die Anwendung kann sie hier genauso machen, weil ob ein Schritt nach vorne, links, rechts oder hinten ist es egal. Und das hier, boah, noch fertig. Als Möglichkeit. So, heute würde ich gerne den und eventuell den auch machen. Teppich ist ausgeklopft. Alles gut. Alles gut. Nee, wegen, ist es okay? Alles gut, 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 gut. Oder... Weißt du, weniger. Ist gar nicht. Andere Seite nochmal. Ja, zwischendurch wegziehen, haben wir ja gesagt, ist auch okay. Nachziehen wir weg. Und hier. Ja. die Kürtefersleterinde Erf nie. Die Kanzige Kanzinger.